So, hallo, willkommen zu meinem 1000. Video hier auf YouTube, auf meinem Kanal MeerschweinLisa und ja, hier ist Nala. Willst du was essen oder nicht? Naja, jedenfalls wollte ich euch nur mal sagen, ich habe jetzt 1000 Videos online und dann wollte ich mal von euch wissen... Ja, also welche deutschsprachigen YouTuber kennt ihr, die mehr als 1000 Videos haben? Ja, also sie müssen deutschsprachig sein und keine Let's Player. Also welche deutschsprachigen YouTuber außer Let's Player? Und es müssen YouTuber sein und keine Musiker oder sonst irgendwas. Also Privatpersonen. Ja, schreibt es mir mal in die Kommentare ab und wie viele Kanäle es da gibt. Okay, und jetzt zeige ich euch noch mal alle 1000 Videos von mir im Schnelldurchlauf. Und Nala will hier alles mögliche haben, aber... Ach Mensch, kommt immer zu mir hier. Oh ja, SchCEB, macht mich nur sicher. Geh mal alle 1000 Videos! Joviv der ne des bleibt. Aber ne du sind wir ganz sicher. Das geht uns vorher, Leute, die sind in Klinge. Aber auch tier kannst全部 gut verm學. Und dann werden immer wiederhnelst favorites. Ja, schnell sie sich dann selber an. Geh mal gel identify. Ja mach动 du dick. Ja dann ollierst du nen glitterst, Das war's für heute. 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 Das war's für heute.